hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge blade and soul mit dem brakalone 19 alles klar läuft bei dir muss okay wirkt einmal alles einmal klar einmal alles einmal klatschen bitte ich weiß nicht ob wir die peter ja die pilze brauchen wir ja gut guck mal die pilze die auf dem boden brauchen wir auch ja ja habe ich gemerkt habe ich schon genug guck mal ich nehme seine kinder weg oder hat mich vergiftet der arsch mit dem jahr hat man ja müssen wir auch das ist so geil wenn man da einfach mal steht und gar nichts macht wieso kannst du auch mal hier genau wieso kann ich die kiste nicht aufnehmen ach du hast wieder mach mal freies aufsammeln oder holt ihr die kiste hier ab eins von beidem wo bist du ach du bist am arsch der welt weiß ich kann sie trotzdem nicht aufsammeln weil es noch deine ist bei mir ja natürlich wenn es um wenn es um kohle geht und kisten ich weiß nicht was da drin ist aber es war aber auch nicht drin hat was mein freundin ruht was mich lupen ach ernsthaft sein freund ich dachte seine kinder was mich jetzt interessiert wir wir haben ja jetzt immer noch die ersten waffen theoretisch wo wir aufgewertet haben ja ja was die zweite waffe im ganzen spiel gewesen ja meinst du nicht hätten wir eine andere waffe aufgewertet wäre besser gewesen weil ich habe jetzt auch eine gute waffe verwendet um die hier zu bezug aufzuwerten was wie ich meine ich weiß dass ich weiß dass ich keine waffe bekommen die ich nur an die ist da hier guck mal was passiert dieser gegenstand kann nicht aufgewertet werden das ist jetzt ja schon mal ok das ist vielleicht wie bei terra diese einen speziellen waffen wo man immer nur aufwerten kann hast du eine bombe nach mir ich wollte gerade sagen da hast du eine bombe nach mir geschmissen so ich bin fertig noch einen brauche ich ok fertig wunderbar dass man nach dem kampf ein paar sekunden da trennen kann ja das ist bescheuert ich finde es auch bescheuert dass man auch nicht mitten im kampf rennen kann du bewegst dich so schnell im kampf oder warum kannst du dich dann nicht einfach weiß ich mal ja was habe ich gerade bekommen von der auch in das wieder so ein komisches scherpeteil ja voll gemüllt mein inventar ja so was müssen wir wählen einfach nach oben okay gut weiter habe ich nicht gespielt nein wenn man noch ein charakter war ok also kommt mal was neues das ist wunderschön ich wollte gerade sagen ändert einfach die farbe hier geil wäre es hier wenn es auch diesen tag nacht rhythmus gäbe das wäre richtig ich meine ich weiß nicht aber es ist ja nachmittags das ist nachmittags heißt es halb elf oder zehn uhr morgens ach so zehn uhr 34 das heißt es ist nachmittags steht nachmittags 10 uhr 35 jetzt ist halt die frage wenn am abend ich meine es ist ja jetzt kein zehn uhr nur es ist ja jetzt schon elf oder zwölf ich weiß es gar nicht halb elf halb zwölf ich weiß es gar mal 12 systeme eines gebäudes ja genau vielleicht gibt es ja dieses vielleicht ist ja jetzt ich habe keine ahnung ich glaube ich glaube ach der schon wieder wieder neues der geht mir auf die keks nenn mich nicht gras hüpfer du fisch geht mir voll auf den keks dass der mich gras hüpfer nennt mich dann da genauso weiß der ist viel kleiner als ich und der nennt mich ein gras hüpfer gartenzwerg ab jetzt ist es der gartenzwerg ich gebe dir gleich nun zeig dir gleich mal wenn du bist wo ach so das ist lager was lager ja das ist sogar gar kein platz drin ach gut kann man kaufen das kostet schon ein ziel war hier ich mache mal die ganzen dinge hier da rein und was noch was mache ich noch rein ich mache da die klamotten mache ich noch rein wieso zum beispiel kann ich diese trainingsstulpen nicht wegnehmen keine ahnung verstehe ich nicht es ist wieder ein bisschen platz in meinem inventar das ist gut okay lager ist immer gut da hinten ist nur eine wdh okay okay wo hier bei mir ach guck mal davon dem kriegt man dann auch wieder hoch von dem kriegt man dann auch wieder diese grüne truhe und und diese kristalle aber wir sind die kristalle ich weiß es nicht ich habe noch keine freunde gemeint irgendwie für so genau geld oder sowas alter wie willst du dir da hier was leisten das ist voll teuer kupferstulpen ok würde ich mir nicht kaufen nee hole ich mir auch nicht okay wohin die sind ja auch viel schlechter als meine links ja links wieder durch die durch die durch das loch durch ok durch die höhle der unten ist eine fette riesen spinne ich will es nicht wissen ein kobold er weint was guter hat sich aber böse angehört der arme kobold deshalb gut brauchen wir nicht von den auch irgendwie cool ist wieder was lass mal ich will mal gucken leucht kobold ich will mir den mal genauer angucken die geräusche und das sieht voll lieb aus guck mal wie goldig der ist fangen wir dass man keine haustiere halten könnte das wäre das wäre ein haustier von mir da kommst du ja und hast du dir meinen anime angeguckt 90 prozent von den typen sind pedos ja ich meine in japan gibt es auch mit aus dem weg kinder ja das ist ja eklig thema wechsel was ist das wieso kommt ja auch so nichts raus er hat mich angegriffen er kommt einfach rausgesprungen weißt aus dem busch das ist ein pedo der guck mal der hat bestimmte kinder beobachtet hier furchtbar ja was das traumawäldchen traumawäldchen ja dich recht auch ein trauma hier der pedo das sieht ja cool aus der ist tot oder das auto ist das auch guck mal was ist das denn da liegt was darf ich den hauen warte ich muss erst mal den die fresse polieren ok wo ist der alien da lag noch was ein alien was ich da verbrannter leichnam ach da guck mal der kommt da raus aus dem leichnam ach ein unhold gegen die habe ich schon mal gekämpft ja ich habe schon gedenkt die herzlosen genau herzlosen hier ist noch einer schien da der schänder der schänder ich wollte gerade sagen jetzt habe ich die kaputt gemacht davon kommen wir noch das sind das sind aber knurhorn kann ich dich jetzt anzünden wo ich konnte ihn anzünden ja ich kann die nur einmal anzünden ja hier ist feuer ok er gilt es auch ach guck ich kann da wieso kann ich das ich kann es auch nicht dann müssen wir keine ahnung ach wie bescheuert müssen wir jedes mal wieder zurück rennen brauchen wir holz keine ahnung warte mal ich renne noch mal zurück kann ich hier dann teilen wir uns das auf dann zünde ich einen an du zündest einen an ja also wir müssen 15 machen insgesamt leck mich ich will das nicht hören kann ich die gleichzeitig anzünden warte mal ich pull die mal ja mach mal komm her komm ja ja doch das zählt boah wie geil hole ich den nächsten warte 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 noch besser sekunde wir sind stark oder du hast noch die helfe deiner lebenspunkte als pass auf das ist glaube ich zu viel naja versuchen naja ok es geht wenn man sie alle hier ach guck mal das ist bestimmt auch feuer oder sowas bestimmt ja aber wir hätten schon 10 ne warte kurz feuer den hatte ich nämlich eben schon fast dauern warte mal kannst du noch mal feuer ne ist weg ach ist das art dungeon oder was können wir das zeug nur einmal nehmen kommen wir heilen uns erstmal kommen wir setzen uns jetzt zusammen hier hin ans feuer ans feuer holen wir setzen wir uns hier 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 her ja und essen was komm das geht nicht mal ach guck mal das kommt nach einer weile wieder ok gut immerhin siehst du mal mach mal kurz pause ach schön und sonst so schmeckt dein essen wunderbar ja meins auch ich wollte ja schon immer solche dinge probieren wie heißen die gut ähm wir heißen die noch mal das sind so knödel sowas in die richtung ne bädchen wir sind gut ich kann mir keins holen ok ich wollte schon immer mal probieren ich ähm hab ich die mal gesehen warte irgendwo hatte ich eins ja pullst du die das ist gut drei vier alla es sind vier Stück passt bring sie mal näher zusammen und ok wunderbar wunderbar hat doch alles gezählt ne sehr schön und jetzt ach jetzt können wir hier vorne abgeben ach das sind sie wieder die kleinen eine andere hä was ist hier nö es sind die gleichen was ist hier ach so ein baum was soll denn hier sein ist ein baum ach so hier können wir abgeben hier ist eine truhe Wurzel allen übels besiegt zuerst die Aufklärer ah ok wir müssen die zwei killen hier soll das jetzt irgendwie schwer sein? oh jetzt jetzt oh truhe ich habe ein Fleischbällchen bekommen ach guck mal hier ok ne nette ich bin nein ich bin eben fast durchgegangen wo bist du? wir müssen doch da weiter zu unserem Klassenquest achso ja stimmt sonst müssen wir es nochmal laufen ja die Frage ist müssen wir es dann nicht nochmal laufen? warum denn? wir haben natürlich was hier gemacht achso das hieße wir würden raus gehen ah ok ja ok ja ok gut da habe ich eben nicht nachgedacht auch schön hier frag mich wie der immer hierher kommt und dann seine ganze Trainingsgelände hier aufbaut ja ja ne aber sehr idyllisch hier muss ich schon sagen ja war ja nicht schwer ja der sieht ja sehr sehr mitgenommen aus nachdem jetzt zweimal es warte mal ganz kurz oh das ist geil der sieht jedes mal kränker aus wenn ich den sehe ich glaube fast der ist von diesem Virus angesteckt worden ich habe einen geilen Skill bekommen ok oder was heißt bekommen ich kann den hier schon drei niederring tap und dann zwei drei tap zwei ach du gott da ist er was für ein Mauerbrecher ja ehrlich was tap zwei blockst du jetzt auch mal ach so ja gut das kannte ich ja schon das habe ich ja schon oft gemacht ok ich bin fertig ja das haben wir ja schon oft gemacht hier das war ja kriegt er erstmal ordentlich in die Fresse und dann war es das ich wette der stirbt der Junge möglich möglich gehe ich davon aus der sieht sehr krank aus nächste question ist wir müssen den rein oh die ist voll hübsch die Jura wer hm Jura ähm von dem Bildschirm da von dem Ladebildschirm achso wo die Titten halber rauf hängen achso ist hübsch ok dazu aber mehr in der nächsten Folge bis dahin haut rein und tschüss ciao